Als Fabi mich vor 45 Minuten fragte, hey, 5 Minuten Termine, dachte ich so, ich weiß gar nicht, worüber ich reden soll. Und dann dachte ich, ich rede mal über das, worüber ich sowieso mal mit Leuten rede und das ist Rowhammer aktuell, weil ich da dran arbeite. Warum eigentlich arbeiten, wer bin ich eigentlich? Ich bin J-Boy, manche kennen mich vielleicht, manche nicht. Und ich arbeite da ungefähr, glaube ich, oder da. Ich kann sagen, dass es spielgeverkehrt ist. Naja, das ist jedenfalls das Gebäude 64 der Uni Lübeck und da arbeite ich am Institut für IT-Sicherheit, weil ich mal irgendwann die Idee hatte, hey, Hacker werden ist voll cool. Und ich habe es mir zwar anders vorgestellt, aber es ist trotzdem ganz lustig. Ja, wir machen heute eine Zeitreise, nachdem ich jemandes fremdes Handy aus meiner Hosentasche gezogen habe. Crazy. Wir machen eine Zeitreise nach 2014. Was ist 2014 eigentlich passiert? Ja, Polizeigewalt in den USA, Flugzeugabsturz, ich glaube über der Ukraine, Krieg in Syrien, Krieg in Gaza, eigentlich alles wie immer, also auch wie jetzt. Aber es haben auch ein paar Leute irgendwas gewonnen. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht. Was aber auch passiert ist, ist, dass die Forschungsgruppe von diesem Mann, Ono Mutlu, mittlerweile Professor an der ETH Zürich, damals vielleicht auch schon, weiß ich nicht genau, ein tolles Paper veröffentlicht hat. Und dieses Paper heißt, es heißt nicht Rohammer, aber die haben ein Paper geschrieben über den Effekt, den sie dann Rohammer genannt haben. Und das hier sind DDR-DIMs. Die Älteren unter euch werden die vielleicht noch kennen. Die gab es in DDR1, die wurde 1989 abgeschafft. Dann gab es DDR2, das kam irgendwann später, DDR3. Das war zum Zeitpunkt dieses Papers 2014 so der aktuelle Standard. Und die haben was Tolles rausgefunden. Die haben sich nämlich gedacht, hey, in den letzten drei Generationen sind die Strukturen immer kleiner geworden und die Frequenzen immer schneller. Aber die Dinger haben immer noch die gleiche Größe. Was ist denn da eigentlich los? Naja, vielleicht können wir das irgendwie ausnutzen. Dann haben sie gedacht, okay, wir nehmen uns mal einfach, ist das die nächste Folie? Ja, ist sie schon? Also das ist so die Struktur, der innere Aufbau von so einem DDR-Riegel. Ja, die sind irgendwie, also hier sind so die einzelnen Bits drin, ja, sozusagen. Und die sind dann irgendwie organisiert in so einer Matrix. Und man kann die irgendwie so ansprechen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir nehmen mal drei benachbarte Zeilen in dieser Struktur. Die nennen sich, naja, Rows, weil Zeilen. Die mittlere nennen wir mal Victim. Mal gucken, vielleicht ist es sehr praktisch, wenn wir die Opfer nennen. Und die äußeren nennen wir Aggressoren. Und dann machen wir folgendes, wir greifen die beiden äußeren ganz, ganz schnell zu. Und zwar super schnell, so schnell wie es geht und so oft wie es geht. Und siehe da, stellt sich raus, in der Mitte kippen dann plötzlich Bits um. Da gibt es bestimmt eine tolle Erklärung für irgendwas Physik-Elektronikmäßiges, Transistoren, Ströme, was weiß ich, verstehe ich nichts von. Auf jeden Fall funktioniert das. Und man kann das super benutzen, um zum Beispiel Verschlüsselung zu brechen oder Geheimnisse aus Programmen rauszukitzeln, die man eigentlich nicht rausbekommen sollte. Super seit Ache dachten sich jedenfalls die Forscher, die Gruppe um und um Utlo. Wer das nicht so toll fand, kommt jetzt als nächstes. Ja. Wer das nicht so toll fand, waren die Hersteller von DDR-Speicher, weil die wollen natürlich irgendwie möglichst kleine Strukturen und möglichst viel Speicher auf möglichst wenig Platz, damit unsere Computer schön klein und schnell sind. Deswegen haben die sich dann irgendwie, ja, nach 2014, unter anderem deswegen, einen neuen Speicherstandard DDR4 ausgedacht. Ja, und während wir hier noch ganz viele tolle Bitflips sehen, durch unsere tollen Rowhammer-Angriffe, hat das plötzlich bei DDR4 nicht mehr so gut funktioniert. Also 10 hoch 4 ist irgendwie viel und 0 ist irgendwie nicht so viel. Ja, schade eigentlich. Und die Traurigkeit, die wir Hacker dann so bekommen haben, ist ein Mechanismus namens Target-Roll-Refresh. Was nämlich die DDR4-DIMs, also die neuen Riegel versuchen, ist, genau solche Zugriffsmuster hier zu erkennen. Ja, also irgendwie hat man ja Kommunikation mit diesem Speicherchip und wir müssen ja ganz schnell irgendwie zwei benachbarte, quasi benachbarte Zeilen zugreifen. Und das ist irgendwie so ein ziemlich untypisches Zugriffsmuster. Und ja, die DIMMs, die erkennen das und wenn die das erkennen, dann machen die einen sogenannten Refresh. Habe ich hier eine Grafik für. Kommt später, macht nichts. Und das verhindern die jedenfalls. Ja, also dann wird plötzlich da was neu geladen. Und ich habe noch 30 Sekunden Zeit und eigentlich kommt der spannende Teil erst jetzt. Ja, was machen wir jetzt eigentlich? Weil unser tolles Rowhammer funktioniert nicht mehr. Wir machen Fuzzing. Fuzzing funktioniert irgendwie immer. Wenn wir nicht weiter wissen, dann treten wir einfach so lange gegen irgendwas gegen, bis vielleicht doch irgendwas passiert. Das ist so im groben Fuzzing. Und da gibt es im Wesentlichen mehr als zwei, aber zwei große Paper, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das eine ist TRR ResPass. Also die versuchen Target Row Refresh zu umgehen. Versuchen das eben zu exploiten. Ja, und was machen wir da? Großes Zustandsdiagramm interessiert uns nicht. Das hier ist der Zustand, den wir nicht haben wollen. Und irgendwie kriegt der Speicher das hin, diese komischen Muster zu erkennen. Schickt einen Refresh und dann wird quasi diese gesamte Speicherzelle, die wir eigentlich angreifen wollten, mit neuen Daten bespielt. Also wird quasi aktualisiert. Und das andere Paper ist egal, das andere ist auch egal. Das andere Paper ist Blacksmith. Das macht so etwas Ähnliches, ist einfach noch viel toller. Da kriegt man dann super viele Rowhammer Patterns hin. Auch auf aktuellen Speichergenerationen, DDR4 und vielleicht sogar DDR5. Weiß ich nicht genau. Das war mein Beitrag zu Rowhammer.